No Sucker, Just Fashion. Die Ansage von Fußballstar Jérôme Boateng auf der Modemesse Bread and Butter in Berlin ist eindeutig. Er ist gekommen, um über seine eigene Kollektion zu sprechen, nicht über den geplatzten Wechsel nach Paris. Hinter dem Design steckt der Modedirektor Marc Göring von der Kulturplattform 032C. Endlich Klamotten, die auch Jérôme Boateng gefallen. Mein älterer Bruder war immer toll und cool angezogen. Ich hatte so meine Probleme. Ich würde sagen, weil meine Mutter immer gesagt hat, was ich anziehen soll. Ich mochte es nicht, aber ich war jung, also habe ich es gemacht. Boa 17, das steht zum einen für Boatengs Spitzname, zum anderen für den Geburtstag seiner Mutter. Die Kollektion ist inspiriert von all dem, was dem Fußballer gefällt, nämlich Camouflage, Neonfarben und Hunde. Mit einem lateinischen Spruch auf einem Hemd, übersetzt durch Härte zu den Sternen, soll auf Boatengs Wurzeln in Berlin-Wedding und seinen kometenhaften Aufstieg hingewiesen werden.